Liebe FLC-Teilnehmerinnen und Teilnehmer, hier möchten wir euch jetzt einmal zeigen, wie das aussieht, wenn euer Kreativbeitrag von der Bibliothek freigegeben worden ist. Ihr loggt euch also quasi einmal ein, gebt euer Passwort dann ein. Jetzt erkennt ihr hier, es gibt einmal eine Meldung, dass die Buchbewertung für Skogland freigegeben worden ist. Das freut uns sehr, das heißt nämlich, dass ihr dafür auch einen digitalen Stempel bekommen habt. Wenn ihr diese Nachricht gelesen habt, könnt ihr die Nachricht hier oben auf dem X wegklicken. Ihr seht, ihr habt auch von eurer Bibliothek eine Nachricht bekommen. Herzlich willkommen, liebe FLC-Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Wir begrüßen euch herzlich beim FLC 2022 und wünschen euch viel Spaß, euer FLC-Team. Wenn ihr jetzt sehen möchtet, wo euer Beitrag ist, geht ihr hier oben auf Mein Profil und Kreativbeiträge und seht dann, aha, das Buch Skogland ist genehmigt worden, der Beitrag und ihr habt hier jetzt auch einen Stempel bekommen. Das ist ein digitaler Stempel. Ihr könnt jetzt auch in eure Bibliothek gehen und darum bitten, dass dieser digitale Stempel in euer richtiges Logbuch auch eingetragen wird. Wenn ihr hier oben auf den digitalen Clubraum geht, könnt ihr nach dem Buch zum Beispiel auch suchen. Ihr könnt nach Skogland beispielsweise suchen. Ihr seht, hier ist jetzt in der Trefferliste der Beitrag, den ihr eingegeben habt und den ihr für das Buch Skogland erarbeitet habt. Ihr könnt an diesem Zeichen erkennen, dass es sich hier um einen Textbeitrag handelt und ihr könnt auch dann anschließend weiter recherchieren bei den Hashtags, die andere für ihre Bücher vergeben haben. Ihr könnt auch entsprechend eure Suche eingrenzen. Wenn ihr jetzt also beispielsweise nach allen Beiträgen sucht, aber das nach Autor sortiert haben möchtet, dann klickt ihr hier auf alle Beiträge und auf Autor und dann könnt ihr Ergebnisse suchen machen. Ihr seht, hier sind jetzt gerade noch nicht so viele Beiträge drin. Die werdet ihr ja im Laufe der Ferien noch erarbeiten. Hier oben seht ihr dann den Alias Bücherfee. Das ist der Beitrag, den ihr gerade eingegeben habt. Wenn ihr auf den Beitrag klickt, seht ihr, dass auch andere den Beitrag bewerten können. Bisher hat noch niemand diesen Beitrag bewertet. Wenn ihr einen Beitrag bewerten möchtet, könnt ihr hier auf ein Icon klicken. Es gibt Icons für super gut, für gut und für ist okay. Wir finden diesen Beitrag gut, klicken hier drauf und hier oben erscheint dann, wie andere euren Beitrag bewertet haben. Wenn ihr hier oben auf den digitalen Clubraum geht, dann könnt ihr hier aus zufällig ausgewählten Beiträgen wählen. Es wird immer ein Audiobeitrag, ein Bildbeitrag und ein Textbeitrag angezeigt, sodass ihr euch für eure nächste Lektüre inspirieren lassen könnt. Wenn ihr weiter runter scrollt, seht ihr hier die Hashtag-Wolke, die natürlich im Laufe der Ferien auch immer größer wird, sodass ihr hier euch entsprechend inspirieren lassen könnt. Wenn ihr zum Beispiel noch weitere Bücher über Pferde lesen möchtet, könnt ihr hier draufklicken und könnt dann sehen, aha, Erdbeersommer unterm Sternenhimmel ist ein Pferdebuch und das könnt ihr dann vielleicht als nächstes lesen. Wenn ihr auf den Titel draufklickt, dann seht ihr, wer das eingegeben hat und ihr habt die Möglichkeit, den Text, der eingetragen worden ist, zu lesen.